mit eben auch nicht richtig gelingen eben hatten wir nicht gern oben sondern so ein Noob zum Glück Lux ist Mitte oder Skane ne Lux ist unten Lux ist Mitte Dimo ist unten Lux sieht cool aus Booli und Darius top nein doch Lux ist Mitte weil die Klarheit mit hat und nicht verkehrt er nimmt schon auf Alter ich will das was jetzt aber schnell damit oh der Vogel ist geil den hole ich mir auch irgendwann ich hab 102 MS der Vogel geht ab wie ein Zäpfchen gell ja vor allem weil er solche Zäpfchen werfen kann was hat denn der als Ulti so n Dings aber das macht Hammer wenig DMG warum geht der dann so ab weil der weil er mit dem spielen kann ach so ist das wir müssen schnell weiter ja wie ich immer alle mit der Air-Taste äh mit der E-Taste abgeschossen hab scheiß egal hauptsache ich schieß was auf die Leute wir haben doch Scanner oben aber ist ja voll der Lappen guck mal der heilt schon direkt soll man nach Hause gehen fuck ey wir hätten den töten können hätte ich den entzündet ja du bist ein Lappen ein einverstanden Darius ist Bot der macht direkt hier der macht denn sowas ja ja ich probier's doch der kann nicht gar nichts der hat keiner Leben verloren von den Gegnern der hat fast tot B drück B B oder Alt F4 egal du mit deinem scheiß Alter F4 ich drück B oder Alt F4 bitte oh du hast du nicht ehrlich heilig gedrückt oder ja drück nochmal Alt F4 alter oder nochmal oh leule ich bin zweimal Alt F4 drücken wir haben doch eben auch gut gewonnen ja doch gesagt dass Lux ist mit freut mich nicht glauben hab ich doch gesagt Lux hätte auch Support spielen können du Bob geht aber an Dingens mit Klarheiten dafür braucht sie keinen ja Clarity alter warte wie langsam ich jetzt wieder schieße die alles von vorne machen das ist so ein Aferatz immer ja äh dieser Scanner ist Level 30 weil der Skin hat was war noch mit dem Darius der vorhin auch Level 30 äh äh Level 21 hatte auch gegeben Darius ja die Leute kaufen sich direkt einen Skin aber können nix hey halt die Fresse ich muss mal bald wieder Paysafe kaufen dann kauf mir dann auch mal was schär mal was kann ich machen geht das? ja wenn du 10 Euro Paysafe kaufst ich kann 5 Euro aufladen und dann bleiben da 5 Euro drauf ach so starte ok könnte ich machen ich hab zu viel Geld nice ich hab 102 wie viel kostet denn von Geld ein Charakter wie viel Geld ähm 2 Euro was? nein 9 oder so also wenn du es zusammenrechnen würdest wenn du dir 10 Euro Paysafe Karte kaufen würdest könntest du dir einen kaufen und dann irgendwie nochmal 2 Euro handy dann könntest du den nächsten kaufen ok aber nur die 9000 noch was kosten also die richtig harten die 4 8er und 3 1er kosten genauso viel oh der hat mich geslowt was für ein Noob ey ich bin jetzt zu dritt da oben? ne wieso ja rassons ja helf mir chill mal ich hab schon vorher gesehen dass wir keine Chance da haben du bist zufrieden komm her los auf diesen Scanner auf den der Lowlife hat der andere mischt sich ein der Wichser Theon Watten Gang alter was? jetzt 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 geh rauf dir rück einfach das wird wohl wie ist passiert LOL oh komm LOL ich hab doch ich hab falsch geskillt deswegen ich hab als erstes ich hab Q ich hab Q und E gemacht fuck Burrensohn warte ich kann mir gleich Ninja Tabi kaufen hä ich hab meinen Teleport aufgebraucht ich hab mich gar nicht teleportiert aber ich hab meinen falschen Knopf gedrückt alter ja dann wenn du das wenn Teleport abgebrochen wird ist nur noch die Hälfte von cooldown ey guck mal man sieht den das ist ein Lappen was ein scheiß man drück ich auf Teleport das war ja voll die Pillowleistung gerade das war ja voll scheiße 102 ms Dauerhaftung das geht da in der Mitte ab der macht hier alles alleine 2-0 ja wenigstens bist du dann wieder gefeedet ne damit er wieder abgehen kann Lux ist aber wieder nicht Level 30 ja da aber das hält sich noch in Maßen die die am Arsch der hat mich geblendet passe Timo Timo ist witzig Captain Timo on Duty oh das ist ein ganz süßer ich glaub dieser Scanner ist auch nicht Level 30 da der ist aber nur kacke alter der ist halt mir schlecht alter wieviel Damage du dir reindrückst pass auf überall gell scheiße hab ich dir nicht rangezogen gekriegt ja man hol den mal hierher ja soweit kann ich nicht ziehen das reicht nicht soweit das reicht ganz eben gib ihm ich bin tot gut gemacht hau ab der kleine Pisser soll dich ja pissen dieser kleine super Timo Pisser ne der hat ja keinen alter der fickt dich der fickt dich derbe alter der nimmt dich richtig anal ne man ich hab Gleitcreme dabei ich hab Gleitcreme dabei ich hab Gleitcreme dabei und dann das ist aber auch schon ich hab 1,2 what the fuck ey ich spiel Darius alter wenn ich Level 5 bin ne dann fiste ich die richtig nice alter deine geile Passiv ne die ist richtig geil ich hab Anivia auch ich kann mit der mit dem hässigen Vogel nicht spielen what the fuck what the fuck was los ah jetzt ist einer von oben in die Mitte gegangen ja ich hab zum Glück hab ich SS geschrieben nachher kann der Pilze aufstellen ne das ist seine Ulti das ist voll witzig oh kacke ich hab ihn auf AP spielt ey spielt der AP Timo ach der weiß wenigstens wie man Timo spielt ey pass auf der kommt gleich wieder nach oben ja schön schuldig hätt den gegeben mann wenn der scheiß Turm nicht da wär SS ne mhm dann kommt aber früh komm gib den warte wo bist du wo bist du nice der dachte der hat nicht gewusst äh sprachfehler dass du da bist ja genau mein Gott Timo warte ich ich hab entzünden alter nehm ihn gleich auseinander alter das ist ein komischer Pilz Hicker alter ein ein Creep noch ein Luchs ja Turm chill mal man aber die haben Lanes gechanged das wollen wir auch lassen wir auch machen nein ich will mit den Lobobs zocken das ist jetzt haben wir die Lobob brennt ok ja weiß ich doch nicht tot Timo ist glaub ich auch voll der Noob null SS pass auf die ist irgendwo dreckige Schlampe guck mal der Lobb Spacken ist da wieder ich hab keine Mana ich hab Ulti ich hab die Ulti du Arschloch oh ich mach ich schild mal ich geh zurück weil ich keine Mana mehr habe auf die ficken wir die deine Ulti-Mate kann setz die ein die kannst du auch auf Verbündete machen dann äh sind die unverwundbar für zwei Sekunden oder so ja jetzt hab ich immer komm her komm her komm her du Bob mach die auf ihn mach ihn mach ihn mach ihn mach ihn ja mach ich mach ich mach ich gar nicht ne du mach ihn weg 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 du hättest ihn töten können du hättest ihn töten können du hättest ihn wegficken können ne äh es ist top ich hätt alles machen können hab aber nichts gemacht ich weiß ich hätt nochmal Dora als Klinge kaufen können verdammt der fucking scheiße alter mit dem Spiel fuck ich sollte ihn mal mit meinem Boots kaufen oh ja ich komme und Ulti wird wird schieß Ulti schieß Ulti nice alter komm her du kleiner Zwerg alter ja er piste sich wieder nur in so ne gleich ne Schelle hau ab ich kann den gleich wieder ranziehen ich mach ich spiel zu öfter mit Pitbull da sind voll die Lappen alle in der Mitte aber das lame das das lame das game lief ganz gut noch kein Tower wurde zerstört das find ich cool ja und ich hab 0 1 ja das ist richtig gut ja ich bin schon nicht oft gestorben ja du musst diesmal nicht Alt F4 drücken jetzt musst du nochmal jetzt musst du gleich das Spiel deinstallieren ey ne das mach ich nicht aber das hat mir zu lange gedauert ums zu installieren hau ab ich sterbe auch gleich oah sein fucking Pilz ne geht so auf den Sack gell ich hol mir gleich ich hol mir gleich diesen unseren Blue Buff mit der Wohlibeers nur helf mir komm zu mir wo ist du komm zu mir Alivia ich hab kein Leben ich hab keine Mana ich kann nichts machen fuck drauf helf mir einfach ihr seid Lappen ja seine Ulti Ulti sind weg sind die bei mir oben wieder gekommen die kommen wieder nach oben bleib ein Stück zurück du hast keine Mana an dem Löch deswegen ja die füsten dich dann boah der wusste wo ich bin nah zu spät der Lutscher der ist direkt zu mir gerannt den hat er gesehen jetzt aber schnell kam eine Sekunde zu spät mein Freund warum hab ich mein Latour hat noch 19 Leben verloren alter toll den machst du den machst du xin jawoll nice nice Nietze Nietze alter Nietze warum die hier oben ficken wir jetzt hast du Ulti ja hau rauf hau rauf war für den Arsch Warte bis dann alter komm wir töten den Pilz boah haben alles meine Last Steps S.A.S. Wollt ihr auch was davon? ich folge dir mein Freund Warte ach der geht da schon hinter uns was ist da die Muchte der Typ ist irgendwo ne der kann sich unsichtbar machen ok gut da ist er komm rauf rauf da scheiße fuck seine boah deine Ulti kann nicht getrückt mit getrückt mit zurück du stirbst Lappen komm Anivia du fiss ist jetzt irgendwann habe ich das Spiel raus 1-3 also für mich ist es scheiße ja hab ich verreg immer ich verreg immer no alter was ist jetzt los du musst die Ulti-Made machen damit er keinen Schaden kriegt hast du deine Ulti? ja ich hab sie geh hin geh hin und helft sie ich helf ihn wenn sie schnell hin Leute kriegt den noch nein ich krieg den immer ja zu spät er hat es seine Ulti auf ihn machen müssen und dann hätte es geschafft weil dann verliert er keinen Schaden für paar Sekunden Lieder kein Leben, kein Schaden naja Macher verliert er ja halt die Fresse komm her du geh mal zum Vogel Vogel helfen ich hab meine Ulti wieder ja du musst die gleich weg ich hab meine Ulti komm wir ficken den warte 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 ich komm mit ich komm warte ich spiel nicht so aggressiv weil du weißt du dass ich komm so her komm Junge ich bin jetzt trieben du bist schon 11 Mann was da los mit dem Weiber mach den mal mach den mal mach den mal Low Damage ich fill ey f*** den geh hier das ist die Ulti weg von oben weg von oben so jetzt bin ich da hängen uah wo kommt der denn her der ist wenn er sich 3 Sekunden lang nicht bewegt wird der unsichtbar der Bob der Wichser wieso bist du weg gegangen du Vogel weil ich zu zweit war weil ich keinen Mana hatte wieso und ein Vogel ohne Mana ist ein bisschen kackes voll geklaut gleich dann schreiben die das in die Kommentare voll geklaut kackes die lasst ihr mich alleine rum oder was ich wollte die eigentlich fisten geh hin du darfst ihn nicht abhauen du dann stirbt der zumindest stirbt der nicht und raged gleich gleich macht der auch leave gleich macht der das was du machen solltest alter 4 drücken guck mal ne fucking Ulti ich hab auch Ulti auf den gemacht ja deswegen konnte der nicht abhauen guck mal der hat keinen Schaden genommen der Vogel hat 8-0 alter weg den shit noch der Vogel ist nur der Penne der Vogel hat nen Vogel und oh jetzt sieht er dich bei mir doch Wayne Wayne ist mir doch Wayne was machst du da oder nicht kommt vielleicht Lux oder so hoch eines innerhalb oh die wollte ich mir jetzt alle die waren schon alles so fast am Arsch ja ich hab Spectated irgendwo der Turm ist gleich verloren komm einfach rauf da Wartenkiss die, Alter. Meine Ulti, ne? Hilfe, ich muss weg. Komm. Ich bin zu dritt, Mann. Ich hab nicht gesehen, dass der auch... Jetzt sterbe ich. LOL. Tötet die. Nice. Komm. Die tötest du, Alter. Tötet die. Du hast doch noch eh deine Passiv. Hau die. Hau die. Reicht die an. Reicht die an. Komm, Pitbull. Los, ihr Kleinholen. Pitbull geht. Du bist tot, Pitbull. Tschüss. Pitbull, du stirbst. Du bist tot. Schade. Ich hätte die auch noch holen wollen. Also beziehungsweise mal töten wollen. Jetzt hab ich kein Geld mehr für Tränke. Ich bin so arm. Du hast doch eh noch deine Passiv, also. Oh mein Gott, du kommst. Ja, du hast doch noch deine Passiv. Du kannst aggressiv spielen. Okay, jetzt ist Timo da. Jetzt kannst du nicht mehr aggressiv. Bob. Attack. Amor. Soll ich Tank spielen? Scheiß drauf. Oh mein Gott, wieso bist du... Und du hast Passiv. Gleich kommt meine Mom. Äh, halt die Fresse. Ich muss auch so... Ich glaub ich mach ne Playlist eh. League of Legends von Noob zum Pro oder so. Ja, von Genie geklaut. Quatsch, die hat's auch irgendwo geklaut. Das wird die da bestimmt gucken, wenn du was hochlädst, oder nicht? Ich bin jetzt mal unten, gell? Ach doch. Für die, pass auf. Wollt ihr auch was davon? Der ist wie flawless, Alter. Oh, der zieht mich zu dir, der Wixer. Der ist voll behindert. Du aufkommenden holen wir. Wollen wir den? Was denkt der wieder ist? Almost Pitbull, Doktor Rennung, dein Leben, Mann. Was ist da los? Ey, ich hab nicht gesehen, dass ich so lowlife habe, ey. Tice, ich bin gestorben. Ach, dich, ich war du. Das denken viele. Oh, jetzt stealt er dir, ey. Ganz hoch. Jetzt geh ich Mitte. Alter, der Vogel, ne? Der geht auf Inception wieder. 11-0. Ey, flawless, dicker, flawless. Das sind voll die Doobs, ey. Der weiß wie man spielt, man. Bald hab ich's auch raus. Ich weiß auch, wie man spielt, nur ich bin voll der Noob. Ich weiß nicht, wie man spielt, um den Noob. Geht. 3-4 ist nicht noobig. 3-4 ist spiel und ich hab keine Ahnung, wie der Mann in Spielen spielt. Ey, du spielst gegen 30er. Du kannst es nicht mal richtig ausbrechen. Pitbull, du spielst gegen 30er, das ist übel gut eigentlich. Ich spiel eigentlich nur gegen den Computer, ich hasse gegen was zu zocken, ey. Ey, das ist aber kein... Du spielst nur gegen den Computer, du hast es gegen... Du hast es gegen... Es ist mit der... Das schweile Ding, Mann. Ach, Mann, leck mich am Arsch. Du weißt, was ich meine. Komm her, du kleine Frö... Nee, weiß ich nicht, erklär es mir. Guck, jetzt grad die weg, hat die Angst, hat die Angst, hat die Angst. Ja, wir gewinnen. Die machen gleichs horrender. Glaube ich nicht. Doch, das sind voll die Lowys, Alter. Wieso spiel ich eigentlich mit 101 MS, das ist zackderbe. Pitbull, geh zurück. Du bist so, tschüss, Pitbull. Ey, ich hab auf den falschen Typ geguckt, Alter. Rück, geh zurück. Hat dich vorne auch. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ja, ich hab grad auf... Ich dachte, so ich renne schon längst weg, dabei steh ich da noch. Hilfe, Hilfe. Ja, das war bei mir auch die ganze Zeit. Komm zu mir. Boah, das war die Schlacht. Was da los ist? Hau ab. Ich will nicht, dass du stirbst. Vogel, renn. Nee, flieg. Renn. Los, Vogel. Vogel. Jawohl, spuck nochmal irgendwas. Vogel, renn. Ohohohohoho. Das ist so ein Lack. Was? Ja, deine Passive ist auch eh noch da. Was ist denn das Passive von dem? Der kann sich zu so einem Ei machen. Okay. Jawohl, den habt ihr. Nicht. Der haut ab. Pisser. Ich hätte den gegeben, ich schwöre. Ich dachte, Darius könnte er auch machen können. Oh. Geht doch. Längstens habe ich hier jetzt auch mal was gerissen, Alter. Er ist Death in meinem ganzen Spiel. Ja, ich hab Blue and Red Buff. Iiiiih, ich fand' cool. Was ist das? Das war der... Ach man. Was ist das? Das war der Tourette, äh, Tourette. Der, der, der Toure. Der, der Toure ist gleich down. Ich mach mal so einen Toure, mich fick dich, Mann. Fitt wohl, weg, 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 Fitt wohl, bist du einfach so tot. Alter, ein Toure wird wohl, du stirbst. Du hättest dich vom Tower töten lassen sollen. Quatsch. Das war alles geplant. Das war cool, Alter. Hätte wenigstens keiner den Kill gekriegt. Das war geplant, was ich gerade gemacht hab. Ich wollte dem Touren zeigen, wer der Boss ist. Leider hat er diesmal gewonnen, ne? Diesmal hat er gewonnen. Ja. What the fuck? Ich hab Blue and Red Buff, ich bin geil. Mann, ich hab wohl kein Flawless mehr, Alter. So, wo gehst du jetzt hin? Runter oder um? Geh mal hoch. Hoch, runter, hoch, runter. Ich bin allein, ich kann da nix machen. Du reißt doch alles da unten. Genau, allein. Du bist wie, Alter, mit 22 Laufsitz. Ich hab grad mal 48, weil Pitbull mir immer alle klaut. Oh, dieser Spacken ist im Gebüsch, Mann. Ist schön. Alter, wenn du stealst, ne? Hätten nicht gestealt, das wär meiner gewesen. Ne, das wär meiner, Alter. Ich hab den Low Damage gemacht. Low Lameage, Alter. Ich hab den Low Lameage gemacht. Wir sind ein Team, hier gibt's kein Steal, Alter. Genau. Scheiß, kein Stealer. Der Pistee. Der denkt echt, der macht mit seinen geilen Aschpilzen mir Damage, ne? Ey, mach den Tod, den... Pitbull ist... Er hat was ich hier gewonnen. Ja, cool. Den schaffst du, den schaffst du. Nice. Hält mich auch, der Wichser. Ja, gehst du. Voll der Hurensohn. Was ist da los, Mann? Puh, es regt so brutal auf. Du bist gestorben, ne? Ne. Habt ihr was? Das sag ich zu meinem Kumpel auch immer, Alter. Wenn wir zusammen zocken. Alter, what the fuck? Du bist gestorben, oder? Ja. Ruhig immer so. Pass auf, Anivia. Was wollen die denn, ne? Vogel. Vogel. Pass auf, die wollen den Vogel... Die Flügel rauskupfen. Die wollen die Feder rausreißen. Genau. Was ist da los? Komm her, komm. Ich fick jetzt Darius. Darius ist voll der Noob. Ich geh mal jetzt hier hin. Oh mein Gott, jetzt hat sie mich. Nein, oder? Renn um dein Leben. Vogel. Aha, ich hab Darius. Ey, du bist gestorben, Vogel. Du hast beim zweiten Mal... Oh, mein, er ist stehen geblieben. Oh, halte Knochen. Jetzt hat der Hurensohn... Pitbull, schieß mal deine Ulti über die ganze Map. Warum? Hat der doch... Ich hab noch keine Ulti. Warte. Oh, Pitbull hat kein Skill. Der hat noch keine Ulti. Du musst doch machen, wenn die vor dem Tower... Ich glaube, wie schnell du schießt, Alter. So, so... Nein, der ist der Frank auf Kräse, oder? Den kriegt ihr noch. Ha, wann hast du Ulti? Ich hab da keine Scheiße, Alter. Die gehen mir ein, wie du mich betonen. Ich hab Ulti gemacht, die war tot. Du musst da nicht hingehen, dann musst du abhauen, du. Das war der erste Mal. Hast du es gesehen? Krieg noch? Ja, Alter. Ich hab mitgeguckt, ob das vielleicht noch die... äh... in einer Base noch irgendwie trifft, oder so. Ja, das ist auch nämlich richtig glaubt. Episch. Wir werden gerade loslaufen, und kommen so eine Ulti entgegengeflogen. Ja, und dann sterben die, instant. Mach's doch Pitbull. Wollte mal sagen, wer der Boss ist, aber er gewinnt. Pitbull kommt. Jetzt kommt der Vogel, Alter. Komm, wenn der Vogel kommt, dann muck ich auch auf. Geh, Drogen. Oh, schön durch die Wand, ja. Wie sie sich auch fast blitzen. Ja, komm, geh mal nach Hause. Geh zurück in dein Herz, du Vogel. Tu mir mal Red and Blue. Blue, weil ich ne geile Schnitte bin. Oh mein Gott. Lock die mal zu mir. Renn mal mein Weg. Alter. Wenn du sterben willst, dann komm. Alter, du machst jetzt hier Quadra-Kill, sagst du? Ich komme. Ich helfe dir, Vogel. Oh mein Gott, ey, ja. Komm Pitbull. Darius, kommst du auch mal? Ich war gerade am Blue machen, du Bob. Move, Alter. Richtiger Noob. Wird cool, dass du alle kills. Das ist so arm. Boah, Vogel liegt ja. Das geht jetzt richtig arm. Bam, Ulti. Das ist richtig Darius-like arm, Alter. Opfer. Triple kill mit meiner Ulti. Hast du's auf Kasten? Auf Kasten. Auf Kasten. Aber ich hab's nicht gesehen. Wichtig. Auf Kasten. Da schätze ich mal mit rein, Teamer Schneider. Bam, bam, ja. Was kaufe ich mir jetzt? Kann ich dir jetzt mal richtig Däber-Arnein nehmen? Na, Pitbull nicht, oder? Hm? Ey, unten, du stirbst. Aber mach den Tower noch Down. Dann hast du überhaupt geschafft. Mach Tower Down. Mach Ulti-like. Er kriegt niemand den Tower Down, Alter. Nice, schön gemacht mit. Er kriegt niemand den Tower Down. Schaden. Du hast den auch nicht angegriffen. Natürlich hab ich den angegriffen. Nee. Ich greif die manchmal auch nicht an. Deck das nicht, Alter. Scheiß Ulti, Alter. Soll ich die mal als Troll-Lot mit Dornpanzer kaufen? Ich troll die jetzt richtig. Komm mit Dornpanzer gleich. Alter. Deine Ulti hat eh nicht getroffen, ne? In der Sekunde hast du nämlich deine Ulti gemacht. Du hast den nur nicht angegriffen. Ich mag Ashe. Ich mag Darius. Darius ist voll der OP-Shamon und wird von allen gehatet, weil er so geil ist. Oh. Oh, da unten kommst du klar. Ja. Guck diesen Darius an. Pies Ulti. Unulti. Hoppla. Ulti wieder für den Arsch gewesen. Ach, fuck du. Kommt der an und holt mich down. Das ist nicht schlimm. Dürr, du bist so schlecht. Guck dich mal an. Ich hab zwölf, vierzehn Kits. Ja und ich hab null. Vieles zum fünften Mal oder so. Ah. Das ist gut. Genau. Alter, weißt du, wie ich derbe gefeadert hab beim ersten Mal? Weißt du, wie ich der aber abgegangen bin am ersten Mal, Alter? Ja, du hattest an. Ja. Viel an. Beim ersten Mal bist du abgegangen, weil du bestimmt irgendwelche Low-Bobs da hattest. Ja, ist normal, wenn du Level 1 spielst, dass du Low-Bobs hast. Hey, hilfst du mir mal, Alter? Und stehst du nicht so rum und guckst, wie ich derbe ehleinig habe? Das hatte ich im Kasten. Hör dich. Hör dich, Ding. Ich mach jetzt hier. Du musst dir mal meinen Tanz reinziehen, ne? Ich balanciere meine geile Axt auf den Arten. Komm, ich geh mal runter und helf dir ein bisschen. Timo ist doch fast tot, what the fuck? Oh, ich werde schlägt Besuch, ihr kleinen Bastis. Geh dich um. Ich weiß, dass die hinter mir ist. Komm hoch, den Fluss, den Fluss hoch. Ich komm hoch. Ich hab dir getrollt, ich kauf mir jetzt Dornpanzer. Ich glaub, die ist... ...gut, gut gemacht. Ja, ich kann da nix dafür, ich mach null Schaden mit der scheiß Ulti. Deine Ulti macht doch kein Damage. Ja, Alter, was bringt mir die dann auch? Oh mein Gott, komm zurück, komm zurück, komm zurück, bis woher... Ja, ich werde festgehalten. Ich wollte Ulti machen, aber scheiß drauf. Du hast keine Mana. Ja, deswegen ja. Ich hab Dornpanzer, ich hab... ...206 Armor. Deine Ulti macht nur, dass du für drei Sekunden oder so keinen Schaden kriegst. Das ist so schwer. Oh, schade, Alter. Das ist ein Schallstreck. Als Supporter ist das gut. Das ist allgemein übelst OP. Ja, vor allem, weil du mit Kayle haben ja gut Damage machst. Komm, wir töten Sky. Helf mir! Ey! Du kleiner Lowey. Ja, was machst du? Heute töten. Nein! Oh, ich bin nicht hier. Ja, warum hilfst du mir nicht, Alter? Frühstück. Ja, du hast gar nichts gemacht, ey. Lol, Alter, wie viel Damage du mit deinem Zäpfchen machst. Ey, werden wir in den Cloud, ne? Oh, ein Spaß, das wäre locker... Mein Hetzt ist mir gerade runtergerutscht. Jetzt hast du noch einen Pitbull, im Kasten hast du einen Pitbull, oder? Was? Ja, das habe ich. Ja... Im Kasten, Alter, das klingt voll. Das klingt wie so ein Holzcomputer wie der eine vorhin. Es ist irgendwie gar keiner mehr online, nur noch Dark Ellie und der ist auf K. Ja, auch gleich 10 Uhr. Oder ist schon nachts, 10 Uhr. Oha, ich wollte gerade Dark Ellie-Abonnent singen. Der ist unsichtbar, ne? Ohne Scheiß, ich muss echt sagen, als ich... Äh, als ich... Achtung, Achtung, Achtung! Wer bist du? Achtung. Mein Typ ist voll langsam. Du hast noch nicht mal Schuhe. Deswegen. Du bist... Ja, ich bin tot. Das bist du, das bin ich. Alles bist du, haha. Lappen. 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 Oh, ich verpiss mich dann mal. Hast du ein Wichsel? Komm nicht zu mir, Alter. Verpiss dich bloß. Nice, ey, du ziehst sie. Okay, da geh ich nicht hin. Oh, wir werden nämlich draufkloppen, sind alle tot, Alter. Das tanken muss, obwohl ich nicht mal tankt bin, Alter. So arm. Er kriegt einen Kill. Oh mein Gott, er kriegt nicht mal einen Kill, Alter. Geil, meine Blut... Oh, meine Blutungen. Das macht mehr Schaden als er. Ja, meine Blutungen machen mehr Schaden. Als er. Und das ist noch meine passive. Naja. Boah, 48 zu 39. Das Game ist richtig awesome. Finde ich auch. Finde ich auch. Jetzt hat er wieder Angst, der Penner. Oh, jetzt habe ich die Kackschuhe. Welche? Die, wo ihr vorhin gesagt habt. Achso, ja, okay. Los, den fickst du. Nice, hau ab, hau ab. Achso, Ulti, schieß Ulti, schieß Ulti. Hat er doch gerade. Mach weh, mach weh, mach weh. Ich hatte gerade keinen Weh. Ich weiß doch, was ich mache. Wenn ich keinen Weh habe, muss ich abhauen. Ja, das ist normal bei mir, wenn ich jetzt mal irgendwas rumschreien. Ey, leider, noch dein Level, du hast ja nicht mal das Endlevel geschafft. So, jetzt bin ich mal etwas schneller. So, ich durfst noch schneller. Weil du schnell zu den Gegnern hinkommst. Ein Gegner wurde getötet. Barron? Wollen wir Barron machen? Jetzt will er mir sagen, ich wollte es nicht kaufen und so. Ey, lass mich das, ich brauch den. Vollknicken, Alter. Ich brauch den mehr als du, Alter. Tick dich. Was soll die Scheiße? Du brauchst es nicht. Doch. Alter. Du brauchst den Dreck nicht. Doch. Halt die Fresse, dafür stehle ich jetzt, Alter. Ja, ist klar, ey. Das sind die Besten. Lauf nicht so. Dreckige Schlampe, Alter. Wurensohn, ja. Alter, wie du kein Red brauchst, Alter. Du schweißt. Ja, hol doch den von den Gegnern, du Lappen. Ja, kommt jetzt Barron hier. Du musst jetzt mal Blue-Buff machen. Oh, ich hab ja einen. Barron, okay. Hätt's ja früher sagen können, er wäre schon da. Ich blinke hier jetzt die ganze Zeit rum. Wo ist unser Tank? Ich bin der Tank. Kommt ihr mal? Oh, wir brauchen keinen. Was machst du nun? Alter, du Scheiße. Du hast verheuren, Alter. Was? Ich hol mal den, der gegnerischen Blue, Alter. Du hast einen Blue, die Frau. Der gegnerischen Red, mein ich. Halt die Fresse, deine Mutter heute hingegen. Oh, sogar ein Nashor getötet, Alter. Spacken, ey. So sieht's aus. Ja, komm wieder zu dritt, ey. Ach, schade. Kannst nichts machen. Ich will nur zu dritt mich umbringen, weil sie so schlecht sind. Wer ist der Boss? Ich. Ich bin Darius, Alter. Äh, Kyle ist der Boss, Alter. Kyle. Ah, ja? Ich bralle fertig. Ja, der heißt Kyle. Warum fokussen wir eigentlich den Tank? Wir sind ein bisschen behindert. Äh, wie wir die Teamfights jetzt gewinnen, ey. Ja, warum wohl? Wegen mich. Wegen mich. Ich. Du bist Deutsch. Ja. Alter, Teamfight gegen mich. Ah, wir haben gewonnen. GG, Alter. Ja, GG. Boah, was für Lutscher. Boah, das kann's reinstellen, den Scheiß. Ja, voll die Lutscher. Wollen wir nochmal? Wie sieht's aus? Ja, nochmal. Ich nicht. Ich muss aus. Nee. Ich hab morgen schon. Ja, voll die Lutscher. Ja, voll die Lutscher. Ja, voll die Lutscher.